Diese allgemeine Medisationspraxis hilft uns, diese einzelnen Zielenteilchen in unserem Inneren zu harmonisieren. Wir rufen den Jiva-Strom. Ich rufe dich ursprüngliches Licht, Mütterchen Jiva, komm zu mir. Leg die Hände auf eure Knie, erlaubt es euch, die Augen zu schließen, entspannt die Gesichtsmuskeln, die Arme, den Oberkörper, Entspannt die Beine, die Atmung ist ganz langsam und ruhig. Und erlaubt es euch, euch selbst vorzustellen, so wie ihr euch von der Seite betrachtet, so ähnlich, als würdet ihr euch selbst im Spiegel sehen. Und wir sehen unser eigenes Abbild. Und auf unser eigenes Abbild setzen wir das Auflösende Jiva. Und indem wir uns an die Jiva wenden, sagen wir Jiva, Lass mich reinigen von den negativen Gedanken, negativen Emotionen, Ängsten, und jeglicher innerer Anspannung, die sich in meinem Körper befinden könnten, in den Teilen meiner Seele, Lass mich von allem reinigen, was mich stört, meine Ziele zu erreichen. Und ihr könnt gedanklich nachdenken, was euer Ziel ist. Und stellt euch vor, ihr steht am Unfall des Strands eines riesengroßen, unendlichen Ozeans. Und in diesem Ozean ist kristallklares Wasser. Und wir verstehen, dass das Wasser so klar und rein ist, dass nicht mal Salz drin enthalten ist, dass man es einfach trinken kann. Das ist ein magisches Wasser, das ist Wasser des Lebens. Und wir stehen am Rande dieses grenzenlosen, riesigen Ozeans. Erlaubt es euch, euch selbst gedanklich vorzustellen. Stellt euch als einen riesigen Tonbazen vor. Korinchen, gustig, glänz, besformенный Kuss. Braun, großes Stück Ton, formlos. Und dieses große Stück Ton erinnert keinesfalls an eine menschliche Figur. Wir betrachten jetzt gerade dieses riesiges Stück Ton. Er ist sehr, 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 sehr. Und ihr versteht, dass sich in diesem riesigen Tonstück viele große und kleine Steine befinden. Auch Splitter und Scherben Pesach Das alles sind Meinungen anderer Leute Gefallene Energien Gewisse Eindrücke, die wir uns gemerkt haben Alle Dinge, die euch darin stören, eure Ziele zu erreichen Erkennt, dass in diesem großen Tonbatzen sehr viel unnötiges Zeug drinsteckt Alles, was stört Und jetzt erlauben wir es uns, uns mit diesem Tonstück zu verbinden Und erlaubt es euch, euch selbst jetzt als dieses Tonstück zu fühlen Beobachtet eure ganze Haut, also spürt die ganze Haut über Fläche eures Körpers Die ganze Hülle, die euch umgibt Ihr seid jetzt ein Stück Ton Deshalb muss man diese ganzen Steine und Splitter mit der inneren Anstrengung aus sich herausdrücken Einfach herausdrücken Denkt daran, was euch jetzt stört, was euch daran hindert, euer Ziel zu erreichen Ihr könnt euch einfach vorstellen, dass ihr das Ziel bereits erreicht habt Ressuiti какую-то картинку, чтобы вы уже достигли того, что нужно Malte ein Bild, das ihr bereits erreicht habt, das für euch nötige Und wenn ihr bereits dieses Bild habt Fühlt euer Körper Wo sich im Körper Verspannungen versteckt halten Und diese Verspannungen muss man aus sich herausdrücken Und mit seiner inneren Anstrengung, indem wir unseren Körper noch weicher machen Schieben wir diese Splitter und Stücke aus unserem Inneren heraus Ihr könnt euch die Steine oder Steinchen vorstellen Wie sie aus diesem Tonstück herausfallen Und macht das mit einer gewissen inneren Anstrengung Also als ob man das anschiebt, herausdrückt Aus seinem Inneren heraus Ihr könnt das direkt spüren Wie durch einen weichen Ton Diese Splitter und Steine nach außen treten Und ihr diese herausdrückt Und indem ihr auch durch diese Stelle ausatmet Hilft ihr, diese Fremdteile aus euch herauszudrücken Wir fühlen, dass aber trotzdem irgendwo etwas drin stecken bleibt Und auf eine magische Art und Weise fällt dieses große Stück Ton in diesen Ozean Das ist der Ozean der Lebensenergie und der Energie der Heilung Und dieses Stück Ton beginnt sich in dieser Energie aufzulösen Spürt, dass der ganze Ton sich vollständig auflöst in diesem Ozean der Lebensenergie Und ihr werdet zum Wasser dieses Ozeans Ihr werdet selbst zum Ozean Und aus diesem aufgelösten Ton fallen kleine Steinchen, Sandkörchen sogar heraus Alles, was er hat oder hatte, wird aufgelöst, fällt heraus aus dem Tonstück Und ihr fühlt, dass ihr jetzt gerade die Energie seid Das Wasser des Lebens seid Gefüllt mit Glück Mit Freude Mit Gesundheit Ihr fühlt einfach die grenzenlose Energie und Kraft dieses Ozeans Und ihr spürt in euch eine riesige Kraft, das alles zu erreichen, was für euch gerade nötig ist Und ihr spürt in euch, dass ihr auf dem Ozean der Ozean der Lebensenergie Mit diesem süßen Wasser, welches klar und rein ist Wächst am Strand eine riesige, mächtige Eiche Ein junger und dennoch kräftiger Baum Und ihr fühlt, dass die Wurzeln dieses Baums sich dem Ozean hinzubewegen Und ihr fühlt, wie die Wurzeln diese Energie aufnehmen und das Wasser Und ihr verbindet euch jetzt mit dieser Eiche Und werdet selbst zu dem Baum Eure Füße und Beine sind die Wurzeln des Baumes Der Oberkörper ist der Stamm Arme und Kopf sind Äste und Blätter Spürt, wie in euch die innere Kraft, der innere Kern entsteht In eurem Inneren bewegen sich Säfte In eurem Stamm durch eure Äste Und ihr spürt, wie ihr ganz fest mit dem Boden verwurzelt seid Und kein Wind und keinerlei äußerliche Veränderungen Haben die Kraft und die Fähigkeit, euch zu verändern Und verinnerlicht, dass ihr zu jedem Moment eures Lebens Mit diesem grenzenlosen Ozean der Lebensenergie verbunden seid Spürt, dass der Stamm, alle Äste und Ästchen Ein einzelnes großes System darstellen Und alle arbeiten, um das zu erreichen Was für euch gerade notwendig ist Das ist eine magische Eiche Und statt Eicheln Bringt ihr Äpfel und andere Früchte hervor Und er bringt auch das hervor, wovon ihr auch geträumt habt und träumt Und ihr sieht, dass das, wovon ihr geträumt habt, reif wird wie ein Apfel Das habt ihr bereits Und wir sehen, dass wir bereits das haben, wovon wir geträumt haben Gesundheit, Beziehungen, Wohlstand Wir können glücklich leben und unseren Weg der Bestimmung gehen Und dabei fühlen, dass alle Seelenteilchen ein großes Ganzes sind Wir nehmen die Lebensenergie auf und bringen das hervor, was für uns notwendig ist Als Früchte unseres Lebens Spürt, dass ihr immer mit dieser Lebensenergie verbunden seid Ihr habt die Kraft, es zu schaffen Und ihr habt bereits alle Instrumente, die ihr nötig habt Und wir fühlen uns wieder hier und jetzt Unsere Füße sind dem grenzenlosen Ozean entgegen offen Wir sind selbst der Baum des Lebens Und in unseren Händen halten wir den Apfel In dem sich der Sinnbild dessen befindet, was wir uns wünschen Und wir sprechen zu Jiva und sagen Jiva auf die harmonische und einfachste Art und Weise Materialisieren Und ihr stellt euch das klar und deutlich vor Und haltet einfach das Sinnbild, das ihr es habt Tочно genauso wie ihr euch auf die Nasenspitze konzentriert habt Aber noch konzentrierter Wir sehen es klar und deutlich, dass wir es bereits haben Dass es bereits eingetreten ist Und für eine gewisse Zeit bleiben wir ruhig und fühlen diese Vorstellung weiter mit Energie auf Okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.